Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Runde PlayerUnknowned Battlegrounds mit Yannick, René und Lionel. Ja moin Leute. So, wo geht's denn raus? George Pohl. Ich will ein guter Magazin. Oder wir gehen da. Hier, hier, hier. Sag einfach wann. Wo fliegen wir? Da zu den Markern. Zu den Hotels. Da können wir eigentlich selbst muten. Da fängt ja die Folge genauso an wie die letzte. Geil. Stimmt, tatsächlich. Ich habe volle Möhre, die Legs. Ein F. Wie wird das denn angezeigt hier auf der Karte mit dem Marker? Ja. Der rote. Der rote. Und sogar der grüne jetzt von Nico. Ja. Na gut, ich bin, glaube ich, ungefähr bei euch. Ja, du bist so in der Nähe von uns. Kommt die Leute runter? Was? Ah, jetzt sehe ich ihn auf der Karte, okay. Ah, bei mir sind die Gebäude noch nicht richtig gespawnt. Du siehst ihn halt oben auf dem Kompass, weißt du? Ja, ja, ja. Also ich glaube, da kommt keiner runter, ne? Ich habe auf die Minimap halt geguckt, ne? Das war halt das Problem. Okay. Bei mir ist die Map. Fuck, ich fall durchs Haus. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich hätte nicht auf dem Haus landen sollen. Was denn? Du stehst bei mir auf dem Haus. Ich falle als durchs Haus. Es dauert einen Moment. Es dauert einen Moment, Leute. Der Map muss erst laden. Oh Mann. Ja, es hat geladen. Cool. Ja, geil, Alter. Ja, mit 30 FPS das Spiel zu spät ist immer nicht so geil. Ne, irgendwie nicht. So würde ich jetzt mal behaupten. Hast du jetzt schon hier unten alles gelootet? Ja, ich war bis eben noch auf dem Dach. Ach so. Erstmal Rucksack. Jetzt kommt die Sauen. Probiert schnell weiterzulaufen. Ich bin schon drin. Ich fähre jetzt mal ein bisschen durch. Hier ist nochmal ein bisschen Fünfer-Money. Ah! Wo bist du? Auf dem Balkon. Genau da, wo die... Da rechts um die Ecke. Da ist sie. Die ist gerade so noch in der Sauen. Dass hier alle so viel Money noch tragen können. Ich bin überhaupt schon seit 100 Jahren alles voll. Hier ist eine Rucksackstufe 2. Ah! Ich glaube, so einen habe ich schon. Ich brauche 10. Ah, und ne... Oh, geil. Ich bin ein schwarzer Mantel. Rucksackstufe 2. Ach, geil. War schon einer in einem gelben Haus? Lajo, warst du in einem gelben? Nein. Äh... Nein. Hier ist nochmal 7er Moni. Hier ist nochmal 7er Moni. Ja, ich bin mir die Wehre. Ich komme da gleich hin. Oh, den brauche ich. Ja, liegt hier im Haus. Brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Komm. Im Schlafzimmer. So, wenn ihr euch auch so wo mitfahren wollt. AKM oder M16? AKM. Los. Einsteigen. Warte, warte, einen Moment. Ich muss jetzt erst... Nee, die Zone kommt, die Zone kommt. Oh shit, stimmt. Janik! Du hast keine Zeit mehr. Du spring runter, spring runter. Nein, nein, du musst auf Janik warten. Ja, ja. Ja, ja. Der springt hier nicht drüber, Mann. Ah, jetzt. Jo, 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 jo. Jajajajajajaj. Und, der hab ich gefressen. Sorry, sorry, sorry. Ja, nee, Katja. Da ist ja ein Buggy. Wollen wir den das nehmen? Ich hab mehr Bock auf Buggy, der bist besser geschützt als Fahrer. Ach so, ja genau. Ich darf mich hinten drauf knien. Für dich kommt es auch sehr wie ihn aus. Ja. Aber du kannst von da aus besser schießen. Hör doch auf! Die Person, die am meisten nach Munition jammert und weint, schießt. Da hab ich einmal viel Munition gefunden, ne? Da bist du gerade über uns rübergefahren, Alter. Wo kamst du mir grad vor? Nein, bei mir sahen wir an der Seite vorbei. Bei mir sahen wir so aus, als wär er gerade wie Hagrid über uns rüber geflogen, Alter. Hagrid? Ja, Mann. Von Harry Potter, Junge. Ja, aber wann fliegt denn Hagrid über einen drüber? Mit seinem Motorrad? Hä, mit seinem Motorrad? Bist du eigentlich komplett dumm? Alter, Nico. Ja, sorry. Wir haben wieder Zeit Harry Potter zu gucken, oder? Ja, ist so, Alter. Ich hab grad überlegt, wann der... Im ersten Teil? Ja, im ersten Teil, ich verstehe schon was du meinst, aber... Ich hab halt... Ich hab grad überlegt, wann... Machen wir YOLO, oder? Ja. Ich hab's nicht gesehen. Wuhu! Ah! Und nochmal! Reni, du bist so ein Hurensohn, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir landen auf mir! Was macht ihr denn, um Gottes Willen? Ich schwöre, wenn ihr sterbt, ne? Wir lassen euch zurück. Ich schwöre, ich hab nur einen Booster. Ja. Den hast du dank mir gefunden, also. Ja, toll! Jetzt benutzen wir ihn auch. Ja, fick dich! Nö. Du hast kein Damage gekriegt, oder? Doch, natürlich! Okay, ich dachte schon. Fick dich mal! Fick dich Delfin! Es ist auf jeden Fall offen. Oh Leute, ich wurde ausgenockt! Fickt mein Leben! Von, von, von Südosten kam das. Ja. Komm mal einer her, Mann! Ja, ich bin auf dem Weg! Crouch mal her! Ah, ich wollt... Crouch mal her! Ich geh doch nicht hinter den... So, du bist in der Bestein! Hab ich nicht gesehen! Bleib doch mal ruhig! Bleib doch mal ruhig! Bleib doch mal ruhig! Der hat mich zweimal getroffen, Mann! Läuft! Ich seh ihn nicht! Ich seh ihn nicht! Den aber auch nicht! Es kam auf jeden Fall von oben vom Berg! Ja! Der hat dann wieder geschossen! Der hat mich... Aua! Ich wollt grad sagen, der hat mich direkt zweimal getroffen! Du darfst hier nicht zu weit dich zeigen! Holy shit! Komm zu mir, Mann! Alter, what the fuck, ey! Der hat mich übel erwischt! Da hab ich keinen Helm mehr! Blöder Huhlensohn! Ja! Was für einer! Alter! Der hat mich fast getroffen! What the fuck! Der hat mich da gesehen! Der steht... Der muss links am Haus! Das ist links... Die müssen dann links am Haus sein! Die haben mich fast getroffen hier! Der hat... Genau neben hier kam der Schuss! Die müssen in dem Haus sein! Wo und welches Haus? Das ist direkt da? Das Haus, was da ist! Oder was? Ja, guck mal! Lass mich mal weg hier! Janik! Mit Kuscheln! Wollen wir zurücklaufen und dann doch lieber Leute fahren? Ich bin hier in einer ganz schlechten Position! Ja! Du musst rennen! Du musst echt Hartgas geben! Ich sehe auch niemanden! Nee! Ich auch nicht! Muss aus den Häusern gekommen sein! Ja! Das ist aus den Häusern! Also bei mir hier hinten geht auch grad ordentlich was ab! Alles aus dem Westen so! Ja! Das ist aus... Ich will die Huren Söhne eigentlich holen, ne? Ach! Aber ich bin auch viel zu weit weg! Ich wollte grad sagen! Du hast überhaupt kein Visier! Was macht... Was macht ihr beide da eigentlich? Gangbang! Ja man! Geht mal lieber zurück in die Häuser! Ja! Ich bin der Einzige der hier gearscht fickt ist gerade! Ein bisschen! Kann man eigentlich auch in den Wohnwagen rein? Ja! Das geht! Tja so! So! Hab ich ein bisschen Deko? Da wird gleich vieles in unsere Richtung laufen! Ich will es nur gesagt haben! Ja! Deswegen bereite ich mich gerade darauf vor! Hat jemand Skal-L Munition für mich? Das ist die 7er! Ne 5er! Ne 5er! Ich hätte... Ne! Ich könnte dir meine Munition geben! Jawohl! Ne ne! Alles gut! Dann hab ich halt nur die AKM! Oh leil! Du bist ja hier oben! Ist besser als die M4, ne? Äh! M16 A4, ne? Na ja! Komm ganz drauf an! Richtig scheiße! Fällt mir grad auf! Er läuft dann auf 300 Grad! 300? Wo? Hinterm Hügel! Hinterm Hügel? Ich bin reingekommen, ne? Läuft ein zweiter! Ach da! Und ein dritter! Hab ihn ausgenockt! Sauber! Der eine läuft noch! Ah! Ich hab ihn hier gescheißelt! Ich hab ihn zu spiel gesehen! Der ist jetzt hinter dem Haus! Der eine guckt auf uns! Auf 330, zwischen 330 und 345 hat er sich genau hingelegt! Da guckt er wieder! Hab den... Leute! Ich hab ihn getroffen! Er knockt mich aus! Sehr schön! Kann mich mal einer heilen? Jo! Der wirft Granaten zu mir hoch, alter! Pass bitte auf! Digga, die sind unter uns! Die müssen vor uns sein! Jaja, hier! Nord, Nord! Treff aber auch grad nichts, ne? Boom! Ausgenockt! Unterhalb von uns, ne? Ja! Da kommt die rechste Granate rein, alter! Ausgenockt! Vorsicht, Granate! Die Bengel, alter! Die sind hier unten bei mir an der Tür! Bei mir an der Tür! Die wollen uns ja auch pushen! Wir haben ihn an der Granate! Aber die war von euch, ne? Sind die da? Ich hör die da lang, glaube ich... Die sind bei mir an der Tür hier! Pass auf, Yannick! Wir sind da! Der kommt! Vorsicht! Ich hör ihn! Wo bist du? Yannick? Achso, Laio! Ist das okay! Die sind... Ja! Wo sind die? Sagt die Richtung an oben! Warte! Nordwesten, oder was? Ja, Richtung 300! 100 Grad ungefähr! Nordwesten, ja! Hab einen ausgenockt! Lag vor der Tür! Croucht nach rechts! Ja, vielleicht kann ich ihn hier abfangen! Nein, warte! Ja, oder probier mal! Ja, ich seh ihn jetzt nicht! Ich hab Granate rausgeworfen! Nicht rausrennen! Nicht rausrennen! Nee, bleib... Bleib ein bisschen defensiv! Oh, Digga! Ich hör den Crouchen! Ich hör den Crouchen! Ja, ich auch! Renni, bist du draußen? Nein! Okay! Die Saum kommt! Aua! Oh shit, wir müssen die weg! Fuck, 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 fuck! Fuck it! Oh, Leute! Von wo? Von wo? Von wo? Weiß ich grad! Die ist auf dem, wir sind ja schon in der Saum! Yannick rechts! Nein, ich bin ausgenockt! Ich hab den nicht mehr gesehen! Ich hab den nicht mehr gesehen! Links im Gras liegt nur einer! Oh, von den... Links von mir! Ja, ich war von vorne ausgenockt! Jop! Die Typen, die da die ganze Zeit im Haus gekämmt haben, haben wir uns geholt und dann wollen wir von dem von der Seite geholt! Aber wir waren gar nicht so schlecht! So! Wir haben überhaupt nicht auf die Saum geachtet! Das war ganz das Problem! Das hab ich auch nicht mehr mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin! So! Nee, ich hab auch überhaupt nicht mehr dran gedacht! Weiter geht's in der nächsten Runde! Zack, 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 zack! Oh, ich hab da... ich hab da was im Kopf gekämmt! Da sind wir wieder zurück mit allen dreien, wie eben. Wir sind nur zu dritt, ok. Achso, ok. Wir sind zu viert. Achja. Mit den drei anderen. Wo gehen wir denn raus? Wollen wir hart oder wollen wir nicht? Ja, komm. Na, go hard or go home. Ich bin aber useless in den ersten 5 Minuten. Raus geht's. Runter. Einfach nur runter, Yannick. Vollmöhre nur runterziehen. Scheißegal. Am besten da, wo die Markierung ist. Also, wenn das so eine Runde wie vorhin wird, dann, äh, Enrage, Alter. Diesmal lande ich aber nicht auf dem Radar. Das wäre, äh, äh, wie sagt man so schön, äh, le Scheiße. Das wäre fatal. Alter, wie viele hier runtergehen. Ja, deswegen. Und ich bin in den ersten 5 Minuten useless. Weil die Map wieder, doch, seid gelohnt. Hm. Ich will auch nicht wollen, dass bei dir so schlecht lädt, Alter. Wegen seiner Scheiß-Festplatte, Mann. Er muss sich einfach eine SSD kaufen. Ah, kostet doch nur... Achso, eine SSD kostet natürlich ein bisschen mehr, aber sonst... Bist du eine für uns... Kostet doch nur. Ich wohne alleine, nicht du. Ich auch. Eine Hose, Munition, Rucksack. Gib mir... Eine Knarre. Nice. Ich habe keine Knarre. Ich habe gar nichts. Hier ist gar nichts. Hat jemand irgendwas? Hier ist ein Shotgun bei mir. Ja, ich bin gleich tot. Nämlich. Dann du die Shotgun. Wo bist du, Leo? Hier ist eine Luftklappe noch. Du bist halt woanders da gelandet, du Jockel. Also, Jungs, hier ist noch eine Shotgun bei mir. Ich habe auch eine Shotgun. Ich komme erst mal zu René. Okay, René ist bei mir. Also, ihr braucht die nicht, ne? Dann nehme ich mir die. Ne, nehmt du die ruhig. Gönn dir. Hier sind auch noch zwei... Also, hier ist ein Rucksack und eine Polizeiweste und die ist auch noch ein Rucksack. Wo denn Polizeiweste? Wie dient euch? Lajo kriegt mal wieder Cock in den Arsch. Ist hier nur eine Polizeiweste irgendwo? Ah, ist klar. Wo war die denn? Ach, scheißegal, ob die Polizei ist jetzt. Jannik sucht die du nicht mehr. Ich muss helfen gehen. Ich habe die Knarre, Jörg. Oh, yeah. Hast du ihn gekillt? Ja, da waren die ganzen Mates schon mal tot, Alter. Okay. Also, ich kann, und, meine ich, ich habe die drei Zwecke gemacht. Jannik, ich ist zu zweit. Mach du linke, seit ich mal rechte. Ich war ganz klar. Alter, aber schon zu zweit. Ja, ja, so. Ah, lau. Ich hoffe, ich habe die unter welchen Rollen. Er hat auf jeden Fall irgendetwas mit Ernie Helm und 16, ja. Ach, sie verlootet zwei. Ich habe nicht verlootet. Nein, ich habe nicht verlootet. Alles gut. Ja, ne, pass auf. Dann bin ich wieder da. Zwieg dich. Oh, geil, Kompensator. Richtig. Oh, geil, ich bin da. Ich bin da, wo ich gestanden. Oh, geil, wenn ich sie übersehen. Noob, du Noob. Du hast sie bis hier. Ja, nicht mal hier zum Helm. Ja, den hast du schon. Ja, aber der andere war schon beschädigt. Auch den war ich überhaupt nicht. Außerdem habe ich einen Zweifachen, Vierfach und einen Achtfach dabei. Also, krieg dich. Zweifachen, Vierfach. Oh, da ist einer. Oh, wo denn? Was soll ich denn sein? Was soll ich denn sein? Wenn ich ihn nicht mal die Kills machen will, ist immer allein zu spielen. Da ist ja oben. Da ist ja oben. Da ist ja oben. Da ist ja mein, mein, mein. Ja, wo ist denn die Sonne? Ja! Alles klar. Worst Problem? Was läuft denn nicht so ein Hirngestell da rein? Klar, Junge. Das erwarten wir ja nicht. Wenn die Stürmer reinläuft, ist ja nicht vorne, vorne. Ich sehe da noch ein bisschen an. Oder irgendjemand ans Bein pissen wollte, aber in wem. Hier ist ich noch eine Leiche. Oh, das brauche ich. Nice. Das auch nicht mehr? Okay. Gut. Ich habe halt nicht so viele Schuss, ne? Das ist halt ein bisschen gäh. Wie war ich jetzt, die Boy? Hey, dann lass uns gleich beide hier raus. Wir müssen irgendwie ein Auto finden, ne? Weil die Gäden macht die Runde, ne, gar nicht. Ich bin jetzt hier mehr drin, aber ein bisschen Übertachtung. Ist besser. Wollen wir auf der... Ich muss jetzt die Brücke kurz warten. Du, äh, Schucke, warum denn nicht? Ich hab das noch nie gemacht, wenn der Brücke zu war. Ja, es ist aber auch nicht in der Saunen. Also was willst du auf der Brücke warten? Nee, kam nur Zeit an dein Auto. Ich hab das noch nie gemacht, Leute, Abzucker, ja? Ich bin ganz cool. Eigentlich hätte nur mit beiden Autos zu wollen, was hätten wir jetzt ein. Ich hätte eigentlich nicht den See fordern müssen. Ah, ja. Aber ich hab... Alter, was will aufhören? Ich hab nur das in den Kopf, aber nichts anderes. Kein Schmerzen noch nicht. Hast du schon sowas gefunden, ne? Was? Schmerzenmittel oder sowas? Ich hab Schmerzenmittel. Ja, ich hab Schmerzen. Ja, wie viel habt ihr davon? Ein, vier, zwei. Okay, gut, so, die sind nicht gut ausgefüllt worden. Das ist ja auch noch gleich. Ein, weil ich das schon mit schafften. Ich bin aus Leibat. Hä? Das ist ja auch noch. Wo? Das ist ja auch noch nicht gesehen. Wo, wo, wo? Da ist ja auch noch nicht gesehen. Wo, wo, wo? Da ist ja auch noch nicht drin. Da ist ja auch noch nicht drin. Ja, gut, ja. Ich hab's jetzt nicht drin. Ja, gut, ja. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich hab mich voll erschrocken, weil ich dachte, neben uns wäre jetzt was hochgegangen. Ich bin ein elendiger Iltis, Alter. Siehst du, hier ist keiner, hab ich doch gesagt. Offen. Offen. Siehst du, hier ist keiner, hab ich doch gesagt. Hier ist keiner, hab ich doch gesagt. Offen, offen, offen. Äh. Hier ist keiner, hab ich doch gesagt. Nein, jetzt nicht vorn. Hab ich grad gewonnen, aber der hat irgendwie kaum ausgefüllt. Ich kann unbedingt vorne sitzen. Ich sitz vorne. Alter. So. Hallo. Tust du nicht. Hallo. 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 Hoho. Ist hier wer? Ja, so kann man's auch sagen, Alter. Sag mal, das ist eigentlich der Kreis. Oh. Oh, lol. Baller drauf. Baller drauf. Hinterher. Ja, hallo. Es gibt Gas. So viel Schuss hab ich nicht. Ah, natürlich. Oh, lol. Janik. Ich... Baller hat dir nen Hinterkopf. Lol, der hat sich voll gedreht. Der hat sich voll gedreht da. Bleib mal kurz stehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Und... Bleib einfach stehen. So stehen geblieben, dass der Busch und Stick. Oh, Mann. Tankstelle. Ich brauche Munition, Digga. Munition, Digga. Ich auch. Ich auch. Und? Haben wir Pech gehabt. Wir müssen halt entweder irgendjemanden wegmachen, oder... Wir müssen echt jemanden wegmachen. Da ist ein Rotpunkt. Besser als das Vierfach, oder? ASP. Meine. Die Beste würde ich gerne mal nehmen. Ja, du hast mir grad meinen Winkel geklaut, du Wichser. Den brauche ich ja auch. Ey, das ist ja witzlos. Die Texturen von den Häusern laden null, aber die Typen sehe ich. Oh, der eine steht ja perfekt hinter dem Baum. Oha, von der Seite. Nice. Ajo. Wo ist der? Wo ist der? Da wollte ich die ganze Zeit hingucken. Aber das hat mich so sehr fasziniert mit dem Scheißhaus, Alter. Oh, okay. Jetzt können wir uns auf die Zone mehr achten, damit ich das raffe. Guckt euch das doch mal an, wie gut wir drinnen waren. Hätte ich das gerafft, hätte ich 1 in die Richtung geguckt. Da habe ich vorher 1 in die Richtung geguckt. Bei welchem Baum? Bei dem braunen. Zwischen 333. Na gut, ne? So viele braune Bäume, ne? Ja, nicht hier mal hinten rechts. Ah, der steht bei den Stein. Ich sehe ihn. Warte, warte, ich hole den jetzt. Fick die Henne, ey. Ah, der sieht mich, glaube ich. Fick. Helf mir, Jörs. Du siehst auf die Schüsse hier. Du musst. Janik, du weißt gar nicht, wo der ist. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Jetzt, jetzt, jetzt. Beweg dich ein bisschen. Der hat den geholt, Alter. Als ob das ein einziger war, der mich wegkommt. Nein, 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 nein. Da war noch einer. Ich bin der Meinung, die waren zu zweit. Der war insgesamt tot. Ja, der wäre sofort tot. Achso, der war sofort tot. Oh Gott, sei Dank. Ja, nice, Janik, Junge. Da habe ich den gut gedrückt. Ich gehe da jetzt hin und loote den. Ja, leg dich aber hin. Ich loote René. Ach, der hat schön Sachen. Rucksack, Junge. Optimal hier. Oh, ne Witz. Ich bin meine Grafikkarte wieder. Hätte ich die Leute nicht sehen können. So eine Scheiße. Stell dir einfach die Grafik wieder runter. Du hast auch keine geilen Knarren, ne? Doch, die K. Welche Munition hat die? Ich habe eine K und eine Vector. Die Vector mag ich aber nicht so. Dann nehme ich lieber meine Ska. Helm Stufe 2. Mein Helm ist voll und ganz wichtig. Oder Granate. Machen wir noch rein. Soll ich lieber Zweifach oder Rotpunkt auf die Ska machen? Zweifach. Da ist meine Zweifach drauf. Vierfach nehme ich mit. Verbände nehme ich mit. Rotpunkt nehme ich mit. Das sind jetzt halt alles mit. So, und jetzt wird sich jetzt mal verbunden. Was ist mit der Zone? Sind wir noch drin? Alter, wir sind einfach noch drin. Janik, wir gehen jetzt gar nicht mal in das Haus rein. Ja, alles gut. Chill, 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 chill. Da war da rechts eben gerade einer. Bei Janik konnte man es, glaube ich, sehen, dass von rechts gleich welche kommen werden. Ja, nicht in die Richtung Janik, sondern in andere Richtung. Ja. Da werden welche kommen, glaube ich. Von wo? Welche Richtung ist das? Hier verbinden wir. Düden 195. 90. Aus der Richtung wird, glaube ich, jemand kommen. Wenn ich das nicht gesehen habe. Obwohl. Ja, du. Ich glaube, das war einfach nur ein bisschen Geflimmer von der Mauer. Bogo-Spot. Mumu-Schmatzer. Was denn? Ach so. Janik, was hast du für Visiere? Sag mal, hat er eben Gustav gespawnt? Der war doch da vorne nicht da, oder? Was hast du für Knarren? Ja, was? M14 und Ska L. Komm her. M16. M16 und Ska L. Willst du ein Vierfach-Sucher? Ja, einer wäre vielleicht nicht schlecht. Ach so, ein Achtfach-Sucher solltest du auf der Karte auflassen, ne? So, mein Typ. Ja, hab ich. Das sah gerade aus, als in der Prede erst mal das Ding ausgeschissen. Der verteilt kostenlos aus seinem S. Janik, wir müssen ein Stück Moven. Was? Ich weiß nur nicht, wohin. Wir gehen in die Hütte. Wir gehen da oben rein. Ja, lauf da hoch. Jetzt müssen wir ein bisschen Kommandos geben. Ja. Nein! Das hat letztes Mal auch schon nicht funktioniert. Du hättest grad... Niko, geh in das Haus rein! Geh in das Haus rein! Als Alex und Kumpel gemacht haben. Die haben die Runde gewonnen. Oh, warte mal. Geht oben rein. Ja, ich geh oben rein. Mach mal unten die Tür zu, Janik. Niko, du kannst dann Richtung Südost... Ich lass dich nur Kommentator machen. Du kannst dann Richtung Südost... Ab-Aim. Hast du... Du hast grad Niko einen Ab-Aim in einem Satz verwendet, ne? Das ist dir schon bewusst. Du Schwach-Mat! Gib die K ab! Die ist bei Janik auch nicht besser aufgehoben. Was? Also... Obwohl... Er hat eigentlich einen weggemacht. Vielleicht ist das sogar besser aufgehoben. Fick dich. Gib mir mal. Vielleicht... Vielleicht geb ich gar nichts. Die geb ich auch gleich den Hedgehot. Oh mein Gott! Da ist einer! Ich bin jetzt voll gelacht, wenn Janik mal vorgelaufen wäre. Oh mein Gott! Wo ist der? Fuck! Warte, geh mal weg da! Und ich dachte, ich würde immer nur so rumschreien. Ah, ich muss ein bisschen weiter vorziehen. Fuck! Ja, Janik, guck ruhig mal ein bisschen hinter euch da rum. Ja, ja, ja. Aber ich würde mehr links abchecken. Bleib doch mal kurz stehen. Wenn der jetzt stehen bleibt, Junge, drück ich dem Handy. Fuck! So knapp! Er kann halt nicht aimen. Oh, jetzt ist der genau unter dem Hügel! Ich hätte ihn schon längst gemacht. Aua! Und er kriegt die Presse. Okay, hier weiß jemand, dass wir hier drin sind. Er verbindet sich tief. Wo ist der? In der Niko. Keine Ahnung. Richtung Stadt. Da, wo ich aus dem Fenster rausgeschossen hab. Keine Ahnung. Beim Feld jetzt. Zwischen Nordost und Südost. Nein. Ich muss schon die Verbände reinknüppeln. Pass auf, ich wurde da angeschlossen, ne? Oh, falscher Schuss. Du triffst den Rahmen. Jetzt hört sich das Ganze schon anders an. Ja. Jetzt bräuchte ich deine scheiß Waffe, Mann! Komm doch mal zu mir mit deiner scheiß K, Mann! Hä? Was machst du denn? Wo ist der denn? Rechts! Die Noobs unter sich. Alter, René, komm! Klappe! Du bist tot, René! Du wolltest du dich nicht gesehen hast! Ja! Das hat nichts damit zu tun, ob ihr in der Zeit oder nicht. Ich kann mich auch in der Ecke verstecken und länger als du gelebt. Nein! No, 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 no! Ey, willst du den Kill-Guy an? Keine Muni mehr, du musst nachladen. Nein! Nein! Du musst auf jeden Fall immer im Bereich... Wo ist der hin? Da! Nein! Der ist vor mir umgefallen! Ja, ne! Wir müssen hier raus! Achso, ne, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir müssen uns bewegen. Bei deiner Links, du brauchst mehr Deckung. Ich bin in der Saun. Komm doch! Oh, shit! Von wo? Ah! Ja, siehste. Von den Hauscampern! Ah! Fuck das! Wo war der? Weiß nicht. Der kommt von allen Schüssen. Haus! In dem Haus, da, genau. Unten? Oben das, ne? Ja, aim doch erstmal anstatt als weiter zu crouchen, dann sehen die dich doch viel besser. Linkes Haus, glaube ich. Geh einfach zu Yannick und Haying. Ja, mach ich jetzt auch. Nein, die schießen aber auch von rechts irgendwie. Aua. Okay. Ja, die schießen von rechts. Ich seh sie. Oh mein Gott, ich verpiss mich. Tschüss, ich koste Yannick. Aua! Pfanne! Du Vollidiot, Alter, du der... Zone! Nein! Jetzt bin ich tot! Weil du mich verwirrt hast! Ah! Ich hole in die Zone rein! Ich war in der Zone! Oh Mann! Siehste, das ist riesig. René am Ende coachen kann der nicht. Oh, will ich sterben! Jaaa! René verliert am Ende mal die Kontrolle und kann nicht mehr coachen. Ja, ja. Jetzt war's ich wieder. So, bis gleich. An dieser Stelle gab's da ein kleines technisches Problem. Äh, der Sound hat nicht mehr aufgenommen. Ich weiß nicht, wo dran es lag. Trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Play an on Battlegrounds. Mach's gut! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.